Was ist ein Nikotininhalator? Der Nikotininhalator ist ein Raucherentwöhnungsinstrument, das das Erscheinungsbild einer Zigarette nachahmt. Es gibt einer Person eine geringere Menge Nikotin in den Mund als eine echte Zigarette, so dass die Person mit dem Rauchen aufhören kann. Nikotininhalatoren enthalten normalerweise Menthol, das beim Aufblähen des Inhalators freigesetzt wird. Ein Inhalator verwendet weder Feuer noch Hitze, um eine Person mit Nikotin zu versorgen, wie dies bei einer Zigarette der Fall ist. Der Nikotindampf wird stattdessen abgegeben, wenn eine Raucherluft durch das Gerät ansaugt. Eine kleinere, aber immer noch hilfreiche Menge Nikotin wird in die Mundschleimhaut aufgenommen und gibt dem Raucher das, wonach er süchtig ist, eliminiert jedoch die in einer Zigarette enthaltenen Karzinogene und der. Viele Ärzte glauben, dass der Inhalator deshalb viel sicherer ist als echte Zigaretten. Inhalatoren werden häufig mit etwa 42 Patronen und einer Plastikhülle verpackt, in die der dünne Inhalator eingesetzt werden kann. Jeder Patrone erlaubt bis zu 400 Züge und läuft 24 Stunden nach dem Öffnen ab. Die Anzahl der Züge, die eine Person nimmt, nimmt im Allgemeinen mit der Zeit ab, wenn die Person weniger auf Nikotin angewiesen ist. Nikotininhalatoren sind auf ärztliche Verschreibung erhältlich und sollten nicht länger als 6 Monate angewendet werden. Bei der Verwendung von Nikotininhalatoren treten einige Nebenwirkungen auf, darunter Sodbrennen, Husten und Brennen von Hals und Nase. Einige Menschen können auch Mundreizungen und Magenverstimmung haben. Wenn eine Person nicht genug auf den Nikotininhalator blässt, kann es auch zu Symptomen eines Nikotinentzugs kommen. Viele dieser Effekte werden mit der Zeit verschwinden. Dieses Produkt wird nicht empfohlen für Personen mit bestimmten Erkrankungen wie Diabetes, Hyperthyreose, Angina pectoris, koronare Herzkrankheit, aktiven Magengeschwüren und vielen anderen Erkrankungen. Es wird auch nicht empfohlen, dass Personen weiterhin Zigaretten rauchen, während sie den Nikotininhalator verwenden. Personen, die an der Verwendung des Nikotininhalators interessiert sind, sollten mit ihrem Arzt sprechen, um herauszufinden, ob es sich um die für sie richtige Absetzmethode handelt. Viele Menschen, die Nikotinkaugummi, Pflaster und Pastillen verwenden, sind nicht immer erfolgreich darin, mit dem Rauchen aufzuhören. Der Nikotininhalator scheint in Kombination mit einer Verhaltenstherapie laut Untersuchungen bessere Ergebnisse zu erzielen. Die Forscher glauben, der Grund dafür sei, dass der Inhalator das Nikotin abgibt, nachdem sich ein Raucher sehnt, während er dem Raucher erlaubt, etwas in der Hand zu halten, wie dies bei einer echten Zigarette der Fall wäre.